Hallo meine Lieben und willkommen zu diesem neuen Video. Ja, heute geht es hier auf meinem Kanal schon wieder weiter mit True Crime und damit auch mit einem neuen Fall, den ich mir ausgesucht habe und über den ich euch gerne erzählen möchte. Ein ganz normales Ehepaar möchte nach längerer Zeit endlich mal wieder ein Wochenende gemeinsam verbringen. Und zunächst sieht es auch so aus, als würde das alles gut funktionieren. Das Hotel ist gebucht, die Pläne für den Abend sind gemacht und das Kind ist wohlbehalten bei den Großeltern untergebracht. Nichts deutet also darauf hin, dass die kommenden Stunden für dieses Ehepaar alles verändern werden und dass ein Abend und die darauf folgende Nacht sich zum Albtraum entwickeln wird. Doch ganz genau so sollte es kommen. Denn in der Nacht vom 24. auf den 25. Februar 2019 verschwindet der 29-jährige Familienvater Tyler Davis unter mysteriösen Umständen, für die es bis heute keine Erklärung gibt. Aber wie immer fangen wir ganz am Anfang an. Wer ist Tyler Davis und was genau passierte eigentlich in den Stunden, bevor er spurlos verschwand? Tyler James Davis wird am 30. Juni 1998 in Ohio geboren. Er lebt dort bei seinen Eltern Rhonda und Kevin Davis und ich habe bei meiner Recherche zwar nicht sehr viel über Tylers Kindheit und Jugend herausfinden können, aber was ich gelesen habe, ist, dass es keine besonderen Auffälligkeiten gab. Tyler hat die Highschool erfolgreich abgeschlossen und ging anschließend aufs College, was er ebenfalls erfolgreich abschließen konnte und er hat danach gleich angefangen zu arbeiten. Er wollte einfach schnell Geld verdienen, auf eigenen Füßen stehen und sich eben auf seine Zukunft vorbereiten. Im Jahr 2013, Tyler ist 23 Jahre alt, da lernt er in dem Fastfood-Restaurant, in dem er nebenbei noch arbeitet, seine zukünftige Frau Brittany kennen. Die beiden verstehen sich gut und werden auf Anhieb Freunde. Sie sind drei Jahre ein Paar, da wird Brittany schwanger und bringt dann Ende 2017 den gemeinsamen Sohn Aaron zur Welt und kurz danach heiraten die beiden dann auch. Kommen wir jetzt ins Jahr 2019. Tyler und Brittany sind glücklich miteinander verheiratet und der kleine Aaron entwickelt sich prächtig. Sie haben ein Haus in einem Vorort von Cincinnati im US-Bundesstaat Ohio. Und Tyler hat auch einen sehr guten Job. Er arbeitet als Manager bei der Schnellrestaurant-Kette Wendy's und auch Brittany, die sich in erster Linie um Aaron zu Hause kümmert, arbeitet trotzdem nebenbei in verschiedenen Restaurants als Kellnerin. Tyler gilt als fleißig und zuverlässig. Doch sein Job als Manager bei Wendy's hat auch seinen Preis. Er teilt sich oftmals selbst für die Nachtschicht ein, um zusätzlich noch einen Bonus zu bekommen, um einfach noch ein bisschen mehr Geld zu verdienen. Außerdem arbeitet er oftmals 50 Stunden pro Woche. Und trotzdem, dass beide arbeiten, ist das Geld knapp. Die Hypothek für das Haus muss abbezahlt werden. Brittany kann jetzt auch nicht so viel arbeiten mit dem kleinen Kind zu Hause. Dementsprechend können sie sich jetzt auch aktuell keine größeren Urlaube oder Ähnliches leisten. Aber auch wenn jetzt große Anschaffungen oder extravagante Urlaube für Brittany und Tyler im Moment kein Thema gewesen sind, so haben sie sich doch etwas fest versprochen. Nämlich, dass sie sich zumindest an drei Tagen im Jahr, an drei Daten, die für sie besondere Bedeutung haben, die für sie wichtig sind, ein wenig ausklinken. Dass sie an diesen drei Tagen, an Britneys Geburtstag, an Tylers Geburtstag und auch an ihrem gemeinsamen Hochzeitstag, wegfahren. Und sei es nur ein Wochenende oder auch nur eine Übernachtung in einem Hotel etwas weiter weg, es war ihnen einfach wichtig, an diesen drei Tagen Zeit auch zu zweit zu haben oder vielleicht auch mal abends einfach auszugehen und dann die Nacht in einem Hotel zu verbringen. Also das waren so diese kleinen Momente, die Brittany und Tyler sich als Paar genommen haben. Und das hat auch in den vergangenen Jahren sehr gut funktioniert. Und genau diese Tradition ging jetzt im Februar 2019 für Brittany und Tyler in die nächste Runde. Denn Britneys Geburtstag stand an. Am Samstag, den 23. Februar, standen die beiden schon ziemlich früh am Morgen auf. Tyler war noch sehr müde und fertig, denn er hatte tags zuvor, also am Freitag, den 22. Februar, bis spät in die Nacht noch in seiner Firma gearbeitet. Trotzdem freute er sich jetzt auf den Samstag und auf den Sonntag. Dieses Wochenendes, denn ja, sie hatten wieder etwas ganz Besonderes für sich geplant. Aber zunächst einmal frühstückten sie gemeinsam am 23. Februar morgens mit ihrem Sohn Aaron, bevor sie genau diesen dann zu Tylers Eltern, also zu Oma und Opa, brachten. Denn dort sollte Aaron über Nacht bleiben, von Samstag auf Sonntag. Und es war vereinbart, dass Brittany und Tyler Aaron dann am Sonntagabend wieder abholen würden. Ja, die beiden aßen dann noch eine Kleinigkeit zu Mittag bei Tylers Eltern und machten sich dann gegen 13.30 Uhr auf den Weg nach Columbus, einer Stadt in Ohio, circa drei Stunden Fahrzeit von ihrem Zuhause in Cincinnati entfernt. Dort hatten Tyler und Brittany für die Nacht von Samstag auf Sonntag nämlich ein Zimmer im Stadtzentrum von Easton im dortigen Hilton Hotel gebucht. Tyler hatte die vergangenen fünf Nächte zwölf Stunden gearbeitet und die beiden freuten sich jetzt einfach auf die gemeinsame Zeit dort. Auch wenn es nur eine Übernachtung im Hilton war, sie wollten einfach jede Minute genießen. Aber natürlich stand darüber hinaus an diesem Samstagabend auch noch das Feiern von Brittanys Geburtstag an. Als die beiden am späten Nachmittag im Hilton Hotel in Easton angekommen sind, haben sie zunächst mal ausgepackt und wohl bis zum Abend hin die Stunden in ihrem Zimmer im Hotel verbracht, um sich einfach noch so ein bisschen auszuruhen von diesem stressigen Tag bisher, der Fahrt und sie wollten einfach fit für den Abend sein. Bevor wir jetzt aber genau zum Beginn dieses Abends kommen, beziehungsweise auch zum weiteren Verlauf der Nacht, möchte ich euch noch ein paar wichtige Informationen zu diesem Hotel geben, in dem Brittany und Tyler jetzt eingecheckt sind, beziehungsweise auch ein paar Informationen rund um die Umgebung um dieses Hotel herum. Denn genau das wird eben später noch eine entscheidende Rolle in diesem Fall spielen. Das Hilton Hotel in Easton liegt nämlich direkt mitten im Easton Town Center. Das ist ein großes Shopping- und Freizeitzentrum, das sozusagen um dieses Hotel außen herum gebaut ist, müsst ihr euch vorstellen. Mit jede Menge Läden und Geschäften, 75 Bars, über 30 Restaurants und außen drum herum jede Menge Eigentumswohnungen und auch ein großer Reihenhauskomplex. Das Hilton ist auch nicht das einzige Hotel in der Gegend um dieses Shopping-Center. Das Count Yard Marriott zum Beispiel, ein sehr großes bekanntes Hotel, ist auch nicht sehr weit weg. So dicht bebaut das Gebiet, um das Easton Hilton auch ist, es gibt direkt dahinter ein Waldstück, das eine Barriere zwischen diesem Shopping-Center und dem Highway 270 darstellt. Ich werde euch auch hier ein Bild einblenden, dass ihr euch das ungefähr vorstellen könnt, wo dieses Easton Hotel ist. Dann seht ihr ja diesen grünen Fleck, das ist also sozusagen das Waldstück und dahinter ist der Highway 270. Außerdem gibt es auch noch zwei kleinere Flüsse, die sich ebenfalls angrenzend an dieses Waldgebiet befinden. Wie gesagt, ich erzähle euch das deswegen, weil es später noch eine große Rolle spielen wird und wichtig ist für euch zu wissen, wo wir uns jetzt gerade hier eigentlich befinden und was da außen drumherum alles so ist. Jetzt aber wieder zurück zu Tyler und Britney. Es ist inzwischen 19 Uhr am Abend dieses 23. Februar und die beiden machen sich in ihrem Hotelzimmer fertig für den Abend, den sie im Übrigen nicht alleine verbringen werden. Denn sie haben einen guten Freund eingeladen, sie zu begleiten, der in Columbus wohnt. Dieser junge Mann heißt Sean Hutchis und ist ein guter langjähriger Freund von Tyler, aber auch Britney kennt ihn sehr gut. Tyler und Sean sind schon miteinander aufs College gegangen und haben sich dort ein Zimmer geteilt. Also sie kennen sich schon wirklich sehr lange und da die beiden eben jetzt in Columbus sind und er dort lebt, haben sie eben die Gunst der Stunde genutzt und ihn gefragt, ob er Lust hat, mitzugehen, zu feiern, einfach von Bar zu Bar zu ziehen und ja, Sean hat da natürlich nicht Nein gesagt. Er hat jetzt Tyler wohl auch schon eine ganze Zeit lang jetzt nicht mehr gesehen und deswegen bietet sich einfach an, ja, dass alle drei zusammen losziehen und ganz genau so passiert es dann auch. Sean kommt also zum Hotel und die drei ziehen gemeinsam los. Britney hat später ausgesagt, dass sie zunächst einmal das Easton Town Center erkundet haben, also quasi dieses riesige Shopping Center, das sozusagen um das Hotel herum gebaut ist, denn dort gibt es natürlich jede Menge zu sehen und Britney hat dann ebenfalls erzählt, dass während sie so durch dieses Shopping Center gegangen sind und diese vielen Restaurants dort gesehen haben, sie auch noch gesagt hat, dass sie ja für den nächsten Tag, also für den Sonntag dann, bevor sie wieder nach Hause fahren, doch noch in einem dieser tollen Restaurants essen gehen könnten. Anschließend, es ist jetzt 20.30 Uhr, machen sich die drei aber mit einem Taxi auf den Weg in die Innenstadt und schon eine Stunde später betreten sie die erste Bar, die Bar Louis und dort trinken die drei dann auch Alkohol. Britney hat später erzählt, dass sie einen Drink in dieser Bar hatte, Tyler hätte zwei Drinks gehabt. Ich konnte bei meiner Recherche nicht herausfinden, was Drink in dem Sinne heißt, also das heißt, ich weiß nicht, was genau Tyler getrunken hat, aber es war ein Alkohol und es waren eben zwei Gläser, kann man sagen. Und die drei sind jetzt auch eine ganze Zeit lang in der Bar Louis, bevor sie sich dann um 22.15 Uhr auf den Weg in eine andere Bar machen, die ganz in der Nähe ist, nämlich das Adobe Gillis und dort sind sie dann ab 22.30 Uhr und auch dort trinken sie weiter Alkohol. Britney hat berichtet, sie hätte im Adobe Gillis nur Cocktails getrunken, weil eben auch dieses Adobe Gillis bekannt dafür war, dass es sehr gute Cocktails macht. Deswegen hat sie sich eher daran gehalten. Tyler allerdings hätte vier Shots getrunken in diesem Adobe Gillis, also diese kleinen Alkohol Shots, die man dann einfach so schnell mal trinken kann. Wichtig zu wissen ist, dass Tyler aber im Verlauf der ganzen Zeit diese vier Shots getrunken hat, wo sie in dieser Bar waren. Also er ist jetzt da nicht rein, ist an die Bar und hat sich diese vier Shots da reingezimmert, sondern es war ja eine ganze Zeit lang, wo sie auch dort gewesen sind und er hat eben gemächlich in dieser Zeit diese vier kleinen Gläser Alkohol getrunken. Eine Stunde später, es ist 22.30 Uhr, da beschließen Sean, Tyler und Britney, das Adobe Gillis jetzt zu verlassen. Und die Stimmung ist gut und ausgelassen. Tyler lacht viel, er macht Witze und auch wenn alle drei so ein wenig angetrunken sind, Britney hat später gesagt, von völlig betrunken, schwankend, war Tyler meilenweit entfernt, um halb elf Uhr an diesem Abend. Trotzdem hat man sich eigentlich dann nach dem Adobe Gillis bereits dazu entschieden, jetzt ein Taxi zu rufen, um wieder zum Hotel zurückzufahren. Denn Britney und Tyler hatten für den nächsten Morgen geplant, in Ruhe zu frühstücken und anschließend hatten sie noch einen Termin bei der Parmassage ausgemacht in dem Hotel. Und ja, das war eben alles schon ziemlich früh am Morgen, also sie wollten es jetzt eigentlich nicht zu sehr übertreiben und nicht zu spät wieder zurück ins Hotel kommen. Sie wollten halt einfach nur ein bisschen den Geburtstag von Britney feiern, aber das sollte jetzt irgendwie nicht die halbe Nacht gehen. Deswegen hat man sich entschlossen, jetzt zurückzufahren. Doch der Plan, sich ein Taxi zu rufen und direkt ins Hotel zurückzufahren, ändert sich jetzt ganz spontan. Denn Britney, Tyler und Sean kommen am Dollhouse vorbei. Das Dollhouse ist ebenfalls eine Bar, die etwas weiter weg liegt, etwas separat, denn das Dollhouse ist nicht nur eine Bar, sondern das Dollhouse ist auch ein Stripclub. Britney hat später gesagt, dass keiner von ihnen vorher in einem Stripclub war und sie sind eben dran vorbei und sie wollten sich einfach noch einen Spaß machen und es war auch ein wenig Neugier natürlich dabei. Und dann sind sie um 0.45 Uhr alle drei eben ins Dollhouse und haben sich dort an die Bar gesetzt und ja, haben sich dann eben auch noch was zum Trinken dort bestellt. In diesem Dollhouse passieren jetzt einige Dinge, die in dem Moment, in dem sie passiert sind, nicht weiter beunruhigend gewesen wären. Später in der Rückschau dafür aber umso mehr. Das fängt jetzt erst einmal damit an, dass Sean sich von Britney und Tyler trennt. Denn Sean hat einen Bekannten getroffen und er verbringt jetzt die Zeit im Dollhouse mit seinem Bekannten, während Britney und Tyler an der Bar sitzen. Und es wird weiter Alkohol getrunken. Ich habe gelesen, Tyler hätte zwei Whisky on the Rocks bestellt. Britney dagegen hält sich weiterhin an ihre Cocktails. Und es kommt dann im Verlauf dieser Zeit zu der Situation, dass Britney und Tyler, die beide Raucher sind, eine Zigarette rauchen wollen. Tyler hatte gerade sein Whisky on the Rocks ausgetrunken. Doch Britney hat sich eben ihren Cocktail, der randvoll war, gerade erst bestellt. Weswegen sie ihr Glas nimmt und mit Tyler gemeinsam zum Ausgang des Dollhouse geht, um eben draußen eine zu rauchen. Doch sie werden vom Türsteher aufgehalten. Denn es ist verboten, Getränke mit aus der Bar hinaus zu nehmen. Weswegen Britney sich dazu entschließt, ihr Glas wieder zum Sitzplatz der beiden an die Bar zurückzubringen und dort stehen zu lassen. Ich hoffe, dass jeder von euch, der mir gerade zuhört, sensibilisiert ist für das Thema, dass man seine Getränke in Bars oder in Diskotheken, wie auch immer, nicht alleine unbeaufsichtigt irgendwo stehen lässt. Und auch Britney wusste das, dass man das eigentlich lieber nicht machen soll. Doch sie hat es eben trotzdem gemacht. Sie hat sich, so gehe ich davon aus, einfach nichts weiter dabei gedacht, jetzt diesen Cocktail einfach kurz da stehen zu lassen, für die zwei, drei Minuten, die man eben braucht, um eine Zigarette zu rauchen und ist dann eben wieder hinaus zu ihrem Mann und die beiden haben dann geraucht. Kurze Zeit später kommen sie wieder zurück und der Cocktail steht noch genau an dieser Stelle mit genau der Menge, er war ja noch fast randvoll, wo Britney ihn kurz zuvor hingestellt hat. Sie trinkt einen kleinen Schluck aus ihrem Cocktail und geht danach zur Toilette. Und als sie von der Toilette wieder zurückkommt, ist das Cocktailglas vollkommen leer. Tyler hat es ausgetrunken. Und er hat zu Britney gesagt, er wollte eigentlich nur kurz probieren, aber er war so lecker, dass er eben dann ihren Cocktail einfach komplett ausgetrunken hat. Inzwischen ist es drei Uhr morgens. Also viel später, als Britney und Tyler das eigentlich geplant hatten. Und im Dollhouse gehen jetzt auch schon die Lichter an. Die Bar schließt. Inzwischen hat sich auch Sean wieder zu Britney und Tyler gesellt und die drei beschließen jetzt wirklich zurück zum Hotel zu fahren. Sie gehen also raus und Sean ruft ein Taxi. Denn sowohl der Akku des Handys von Britney als auch der von Tyler sind so gut wie leer. Weswegen sie eben jetzt Sean darum bitten, ein Taxi anzurufen. Das Taxi kommt auch kurze Zeit später. Sean steigt vorne ein, sitzt also neben dem Fahrer und Britney und Tyler nehmen auf dem Rücksitzplatz. Und es dauert wohl nur Sekunden, nachdem Tyler in das Taxi eingestiegen ist. Da ist er auch schon eingeschlafen. Und auch auf der 17-minütigen Fahrt von der Innenstadt bis zum Hilton Hotel wacht Tyler nicht auf. Das Taxi hält um 3.20 Uhr vorm Hotel und Tyler ist auch jetzt nicht wach zu bekommen. Man muss natürlich wissen, Tyler hat eine sehr anstrengende Arbeitswoche hinter sich. Sogar am Tag zuvor hat er noch lange gearbeitet. Er hat einiges an Alkohol getrunken und Britney hat gesagt, dass er ohnehin einen sehr festen Schlaf hatte. Diese ganze Kombination sorgt jetzt wahrscheinlich dafür, dass er nur sehr schwer wach zu bekommen ist. Doch der Fahrer hat es eilig und kann jetzt nicht darauf warten, dass Tyler irgendwann aufwacht, weswegen Britney jetzt wirklich verstärkt versucht, ihn wach zu bekommen. Auch Sean steigt aus und macht die hintere Tür des Taxis auf und mit vereinten Kräften bekommen sie Tyler dann wirklich auch wach. Also er wacht langsam auf und sie hieven ihn dann sozusagen mit vereinten Kräften aus dem Taxi raus. Der Fahrer kann weiterfahren und sie stützen Tyler jetzt einfach, der wirklich noch nicht ganz wach ist und gehen mit ihm gemeinsam zum Hoteleingang. Ja, Tyler wird dann wohl auf dem Weg zum Eingang des Hotels auch immer wacher. Er kann dann irgendwann auch alleine stehen und alleine gehen. Also er ist dann schon wieder da und Sean möchte sich jetzt auch verabschieden, denn auch er möchte langsam nach Hause. Doch jetzt beginnen die Dinge seltsam zu werden. Denn Tyler wirkt sehr durcheinander. Er sieht sich um und er sagt zu seiner Frau Britney, dass sie hier falsch sind. Dass das überhaupt nicht das Hotel ist, wo sie eigentlich hingehören, dass sie hier völlig falsch sind und er fragt auch, was sie hier jetzt eigentlich machen. Britney versucht ihn zu beruhigen. Sie sagt, dass alles in Ordnung ist, dass das sehr wohl das Hotel ist, in dem sie Stunden zuvor eingecheckt haben und sie sagt, er soll jetzt einfach mitkommen. Er hat ein bisschen zu viel getrunken und sie würden jetzt hochgehen ins Zimmer. Sie zeigt ihm wohl auch die Schlüsselkarte des Hotels, dass er sich da jetzt beruhigt und dass alles in Ordnung ist. Doch Tyler wirkt entschlossen. Er behauptet, das ist nicht das richtige Hotel. Sie sind am falschen Ort. Und er dreht sich um und geht einfach davon. Britney läuft ihm natürlich hinterher. Sie fasst ihm am Arm. Sie will ihn mit sich ziehen. Sie versucht ruhig auf ihn einzureden und auch Sean sagt, dass er sich jetzt mal beruhigen soll. Alles ist gut. Aber Tyler wirkt frustriert. Er wirkt angespannt. Er ist sich sicher, dass hier irgendwas falsch läuft und dass sie nicht richtig sind und er geht einfach weiter. Ja, Britney läuft ihrem Mann natürlich weiter nach. Sie versucht auf ihn einzureden, ihn davon zu überzeugen, dass alles in Ordnung ist. Doch Tyler weigert sich einfach, stehen zu bleiben und seiner Frau zuzuhören. Jetzt greift Sean ein, der Tylers Zustand offensichtlich wirklich auf den vielen Alkohol zurückführt, den er in den vergangenen Stunden getrunken hat. Und er kennt Tyler eben auch schon ein paar Jahre, auch aus dem College, wo sie eben auch das eine oder andere Mal was getrunken haben. Und er winkt ab. Er sagt zu Britney, lass ihn sich einfach beruhigen. Der braucht einfach noch ein bisschen frische Luft. Jetzt, nachdem er im Taxi so tief geschlafen hat, ich gehe ihm hinterher, geh du ins Hotel, ich sorge dafür, dass alles in Ordnung ist. Ja, Britney war wohl nicht jetzt ganz so begeistert von der Idee, dass sie jetzt alleine ins Zimmer geht. Jedoch wusste sie, dass Sean ja bei Tyler ist, dass er nicht alleine ist. Und deswegen hat sie das dann auch einfach gemacht. Allerdings auch aus dem Grund, weil sie nur noch 2% Akku hatte. Also sie wollte auch ins Zimmer, um den Akku ein wenig zumindest zu laden. Sie hat sich aber vorgenommen, nur kurz oben zu bleiben und dann mit ein wenig mehr Akku gleich wieder nach unten zu kommen, um ja dann eben Tyler mit nach oben zu nehmen. Sie hatte ja halt die Hoffnung, dass Sean ihn überredet hat, zurück zum Hotel zu kommen. Und als sie 10 Minuten später wieder unten in der Hotellobby ankommt und vor das Hotel hinausgeht, da zerplatzt ihre Hoffnung. Denn weder Tyler noch Sean sind irgendwo zu sehen. Ja, inzwischen hat sie das Handy ein wenig mehr aufgeladen und hat jetzt auch die Möglichkeit, Tyler anzurufen. Genau das macht sie auch. Doch der geht nicht ran. Aber nur Sekunden später ist sie erleichtert, denn Tyler ruft sie zurück. Und sie fragt ihn natürlich, wo er ist und was das eigentlich alles soll und dass sie sich Sorgen macht und dass er wieder zurückkommen soll. Doch Tyler beruhigt seine Frau. Er sagt, dass alles in Ordnung ist und dass er in 5 Minuten wieder da ist, dass er einfach noch eine rauchen will und dass er einfach noch kurz Zeit braucht. Und Britney fragt, was machst du? Und er sagt, ich gehe spazieren. Ich rauche noch eine. Ich bin gleich wieder da. Und Britney sagt ihm, dass sie vorm Hotel auf ihn warten würde und dass er bitte gleich zurückkommen soll. 5 Minuten nach dem Telefonat mit ihrem Mann, Britney wartet immer noch vorm Hotel, da sieht sie auf einmal Sean auf sich zukommen. Doch er ist allein. Tyler ist nicht bei ihm. Britney fragt natürlich, wo Tyler ist, warum er ihn nicht mitgebracht hat. Aber Sean winkt wieder ab. Er sagt, dass Tyler nicht mitkommen wollte, dass er noch eine Zigarette alleine rauchen wollte und noch eine kleine Runde spazieren gehen wollte und dass er, Sean, jetzt eben deswegen alleine zurückgekommen ist. Aber wieder beruhigt er Britney. Er sagt, dass er gar nicht versteht, warum sie sich jetzt so reinsteigert. Es ist alles in Ordnung. Sie hätte doch selber gerade erst mit Tyler telefoniert und er hat ihr doch auch gesagt, dass er einfach nur noch kurz für sich Zeit braucht, um ein wenig runterzukommen und noch eine kleine Runde zu gehen. Und das wäre alles. Also wir haben hier zwei ganz verschiedene Wahrnehmungen. Auf der einen Seite Britney, die nervös ist und Angst hat. Und auf der anderen Seite Sean, der so ein bisschen abwinkt und sagt, jetzt beruhig dich mal, der ist doch gleich wieder da. Es ist inzwischen auch schon 4 Uhr morgens und Sean, der sich wie gesagt sicher ist, dass Tyler jeden Moment hier um die Ecke biegen wird, möchte jetzt auch nach Hause. Und er geht auch nach Hause. Bevor er geht, redet er nochmal auf Britney ein. Er sagt, dass er sich sicher ist, dass es Tyler gut geht und er jeden Moment kommt. Diese ganze Gegend hier ist sehr sicher. Tyler könnte überhaupt nichts passieren und sie soll jetzt einfach auf ihn warten. Er wird gleich da sein. Und Sean geht dann auch. Britney ihrerseits bleibt also jetzt weiterhin vorm Hotel. Sie ist nervös und angespannt und hofft darauf, dass Tyler jeden Moment um die Ecke kommt. Ihr geht der Gedanke durch den Kopf, dass sie sich einfach wünscht, dass er da ist, dass sie ins Zimmer gehen, dass sie ausschlafen am nächsten Morgen und dass sie dann noch schön essen und anschließend ihren Sohn abholen. Diese ganzen positiven Gedanken. Doch dann fällt ihr halt auch wieder ein, dass diese Gegend hier, so wie Sean gesagt hat, vielleicht schon sicher sein mag. Aber dass es eben auch eine Gegend ist, die Tyler überhaupt nicht kennt. Er war ja vorher noch nie hier. Und was dazu kommt ist, er kommt auch nicht. Es vergehen weitere fünf Minuten, es vergehen zehn Minuten, aber Tyler taucht nicht auf. Nachdem zehn Minuten vergangen sind, beschließt Britney ihn jetzt wieder anzurufen. Doch in dem Moment, als sie ihr Handy in die Hand nimmt, bekommt sie einen Anruf von Tyler. Sie geht natürlich sofort ran. Und die Dinge werden merkwürdiger. Denn Tyler sagt in diesem zweiten Telefonat mit Britney jetzt noch einmal erneut, wie leid es ihm tut, dass er sich vorher so benommen hat und dass er jetzt wirklich gleich da sein wird. Und Britney fragt, wo bist du? Ich komme dir entgegen. Und Tyler sagt, nein, nein, er ist gleich da, denn er ist ganz in der Nähe von dem Waldgebiet, hinter dem Hotel, aber er kann das Hotel schon sehen. Sie soll warten. Doch weitere zehn Minuten vergehen. Und Tyler taucht nicht auf. Britney ruft ihn noch einmal an. Doch diesmal erreicht sie ihn nicht mehr. Sein Handy ist aus. Das ist aber nicht weiter verwunderlich, denn wir erinnern uns zurück, auch Tylers Handy hatte nur noch sehr wenig Akku. Genau wie das von Britney bereits, als sie noch vorm Dollhouse gestanden haben und Sean gebeten haben, das Taxi anzurufen, weil eben sie beide kaum noch Akku hatten. Und jetzt in den letzten Minuten haben Britney und Tyler zweimal miteinander telefoniert. Es ist also kein Wunder, dass sein Handy irgendwann aus ist und sein Akku komplett den Geist aufgegeben hat. Die Sorgen werden aber jetzt natürlich größer, denn wenn das Handy jetzt aus ist, dann heißt das auch für Britney, dass sie jetzt keine Chance mehr hat, mit ihrem Mann irgendwie in Kontakt zu treten. Die einzige Hoffnung, die sie hat, ist, dass er jetzt wirklich jeden Moment kommt. Doch genau das passiert nicht. Tyler ist nicht da. Er kommt nicht zurück. Es ist inzwischen kurz vor halb fünf Uhr morgens und Britney läuft jetzt hinauf ins Hotelzimmer. Sie steckt ihr Handy an und versucht jetzt jeden zu erreichen, den sie und Tyler kennen. Sie erhofft sich, irgendjemand um diese frühe Uhrzeit an diesem Morgen zu erwischen, der ihr helfen kann und der ihr irgendwie beisteht und der ihr vor allen Dingen sagen kann, was sie jetzt tun soll. Sie erreicht eine sehr gute Freundin von ihr und auch diese beruhigt sie. Sie sagt zu Britney, dass Tyler wiederkommen wird. Sie hätte ja jetzt erst vor Kurzem zweimal mit ihm telefoniert und er hätte sich ja sogar für sein Verhalten entschuldigt. Also das klingt jetzt nicht danach, wie wenn er irgendwie verwirrt wäre oder wenn es ihm nicht gut gehen würde. Er wird kommen. Sie soll einfach runtergehen vor das Hotel und auf ihn warten. Und ganz genau das macht Britney auch. Allerdings bleibt sie nicht unten vor dem Hotel stehen, um weiter auf Tyler zu warten, sondern sie sucht ihn jetzt selbst. Sie geht erst mal rund um das Hotel herum, in die Tiefgarage, auf die Rückseite. Sie geht bis zum Shoppingcenter und macht sich dann eine Meile weit auf den Weg. Sie ruft nach Tyler. Sie schaut in die Vorgärten der Häuser, die dort sind. Allerdings ist das frustrierend. Es ist 5 Uhr morgens. Die Gegend gleicht einer Geisterstadt. Es ist niemand auf der Straße. Kein Auto fährt. Sie kann niemanden fragen, ob jemand Tyler gesehen hat. Doch Britney gibt nicht auf. Sie sucht weiterhin nach Tyler. Sie ruft laut nach ihm. Und während sie ihn sucht, bekommt sie einen Anruf von der Freundin, mit der sie vorher schon im Hotel telefoniert hat. Diese möchte wissen, was der neueste Stand ist, ob Tyler inzwischen aufgetaucht ist. Und Britney weint inzwischen am Telefon. Sie sagt, dass er nicht da ist und dass sie ihn jetzt sucht. Doch das Telefonat zwischen den beiden Frauen wird abrupt unterbrochen, denn Britneys Akku ist erneut leer. Sie läuft also wieder zurück zum Hotel, geht wieder in ihr Zimmer und steckt ihr Handy wieder an. Als Britney jetzt wieder in ihrem Hotelzimmer ist, da erreicht sie auch jemanden bei Tylers Eltern. Diese waren vorher noch nicht ans Telefon gegangen, aber jetzt hat sie ihren Schwiegervater dran. Und dieser Anruf ist ihr ganz besonders schwer gefallen. Sie hat gesagt, dass es einfach furchtbar war, Tylers Vater zu sagen, dass er weg ist und dass sie nicht weiß, wo er ist und was eigentlich passiert ist. Aber ja, Tylers Vater beruhigt sie auch. Er sagt zu ihr, dass sie jetzt erst mal alle Krankenhäuser in der Gegend anrufen soll und alle Polizeireviere, weil es ja sein kann, dass Tyler irgendwie verhaftet wurde aus irgendeinem Grund oder dass er einen Unfall hatte und inzwischen in einem Krankenhaus ist. Und Britney hat dann gesagt, dass sie sich selber blöd vorkam, dass sie nicht auf den Gedanken gekommen ist und sie verspricht ihrem Schwiegervater, das sofort zu machen, während er sich ins Auto setzt und sich auf den Weg zu ihr macht. Und auch andere Freunde, die sie jetzt erreicht, versprechen zu kommen und sie zu unterstützen. Sie ruft also Krankenhäuser an und Polizeireviere, aber nirgendwo ist Tyler Davis eingeliefert worden oder eben verhaftet worden. Am Sonntagmorgen um 7 Uhr, also am 24. Februar 2019, kommen dann die ersten Freunde und Bekannten, die Britney in der Nacht erreicht hat, am Hilton Hotel an. Auch der beste Freund von Tyler ist dabei und auch die Freundin von Britney, mit der sie in der Nacht telefoniert hat, so wie auch der Vater von Tyler. Jetzt wird auch die Polizei verständigt, die dann um 8 Uhr morgens am Hilton Hotel ankommt. Doch wie man in solchen Fällen eben immer wieder liest und hört, kann die Polizei jetzt erst einmal überhaupt nichts machen. Tyler ist erwachsen, er ist 29 Jahre alt und solange keine Belege für ein Verbrechen vorliegen, wird die Polizei erst nach Ablauf einer Frist von 72 Stunden tätig. Und auch wenn Britney den Beamten erklärt, dass ihr Mann nicht mitten in der Nacht aus Jux und Dollerei, sang und klanglos sie und den gemeinsamen Sohn verlassen würde, freiwillig, es muss ihm etwas passiert sein, so sind der Polizei trotzdem die Hände gebunden. Und sie werden erst anfangen zu ermitteln, wenn diese Frist von 72 Stunden abgeschlossen ist und nicht vorher. Ich fand es in diesem Zusammenhang auch sehr erschreckend, gleichzeitig aber auch wieder mal erhellend, dass Britney, als dieser Fall dann an die Öffentlichkeit kam, massiv attackiert wurde, weil sie nicht eher die Polizei angerufen hat. Allerdings hätte das überhaupt nichts gebracht, denn die Polizei, selbst wenn Britney sie um 4 Uhr morgens angerufen hätte, kurz nachdem sie zum letzten Mal mit Tyler gesprochen hat, hätte genauso wenig unternommen. Im weiteren Verlauf dieses Sonntags kommen mehr Familienmitglieder und Freunde von Britney und auch von Tyler dann in Easton an und sie wollen sie unterstützen. Sie mieten sich selbst in irgendwelche umliegenden Hotels ein und suchen jetzt nach Tyler. Denn es kann sein, dass er in der Nacht wirklich einen Unfall hatte, irgendwo verletzt liegt und da kann man jetzt einfach keine 72 Stunden warten. Familie und Freunde teilen sich in Gruppen auf und fragen überall nach. Sie klingeln an Türen, sie bitten die Anwohner der größeren Reihenhauskomplexe rund um das Easton Center herum, ihre Keller aufzusperren, ihre Garagen aufzusperren. Es kann sein, dass Tyler vielleicht nachts da irgendwo rein ist und verletzt irgendwo liegt. Es ist einfach alles möglich. Sie fragen die Anwohner, sie schauen auch nochmal um das Hotel herum und vor allen Dingen auch schließen sich viele von Tylers Freunden zusammen, um dieses Waldgebiet hinter dem Hotel nochmal abzusuchen. Auch am Montag geht die Suche unvermindert weiter. Als das Shopping Center am Morgen aufsperrt, bitten Tylers Freunde, dass sie Suchplakate, die inzwischen gedruckt worden sind, überall im Shopping Center aufhängen dürfen und auch in der Stadt, auch in der Nähe der Bars, wo Tyler, Sean und Britney am Samstag waren, werden Suchplakate aufgehängt und es werden weiterhin Anwohner befragt, aber es gibt keine Spur von Tyler. Niemand meldet sich. Es scheint so, als hätte es sich in Luft aufgelöst. Auch das Hilton Hotel an sich beteiligt sich bereits seit Sonntag an der Suche nach Tyler, denn natürlich haben die Angestellten, die zur fraglichen Zeit dort gearbeitet haben, auch mitbekommen, was da eigentlich los ist und dass ein junger Mann verschwunden ist und deswegen hat das Hotel auch die Hilfe angeboten. Einige Mitarbeiter werden abgestellt, um bei der Suche zu helfen, vor allen Dingen rund um das Hotel herum, wo sich die Mitarbeiter sehr gut auskennen und auch kleine Schlupfwinkel sehr gut kennen. Aber darüber hinaus bietet das Hotel auch an, sämtliche Videoaufnahmen, die es gibt, zu checken, um vielleicht darauf Tyler irgendwo in der Nacht noch zu entdecken. Und die Chance, dass Tyler irgendwo auf diesen Aufnahmen ist, die ist riesengroß, denn dieses Hotel und allgemein dieser ganze Easton Center Komplex ist wirklich gespickt mit Kameras. Also die Hoffnung ist sehr groß. Und tatsächlich entdeckt das Hotel auch einen jungen Mann auf den Aufnahmen und man ist sich sicher, das ist Tyler. Doch es stellt sich dann kurze Zeit später heraus, nachdem auch Britney das Video gesehen hat, dass es sich dabei nicht um Tyler handelt, sondern um Sean. Sean wurde von einer der Videokameras aufgezeichnet, als er wieder zurück zum Hotel, zu Britney kam und sie darüber informiert hat, dass er jetzt nach Hause gehen wird, weil Tyler einfach, ja, nicht mitkommen wollte, weil er einfach noch eine rauchen wollte. Und da sieht man eben Sean, aber nicht Tyler. Am nächsten Tag, es ist inzwischen Dienstag, der 26. Februar, von Tyler Davis fehlt nach wie vor jede Spur. Da ist jetzt aber auch die 72-Stunden-Frist der Polizei abgelaufen und diese schalten sich jetzt schnell, direkt und intensiv in die Suche nach Tyler ein. Zunächst einmal mit mehreren hundert Polizisten und vielen Suchhunden gehen sie in dieses Waldgebiet hinter dem Hotel, wo ja auch schon Tylers Freunde und seine Familie tags zuvor gesucht haben. Aber es ist eben nochmal was anderes, wenn das ein paar hundert Polizisten mit Suchhunden machen und deswegen ist die Hoffnung groß, dass jetzt doch irgendetwas von Tyler gefunden wird. Doch das ist nicht der Fall. Es wird aber natürlich nicht nur dieses Waldgebiet durchsucht. Diese Suche ist wirklich sehr groß angelegt. Es werden weiterhin Personen befragt. Die Suchplakate werden auch noch weiterhin ausgehängt. Es werden Flüsse und Seen in der Umgebung abgesucht mit Leichenspürhunden. An Bord von Booten wird da alles abgefahren und auch einige Sumpfgebiete, die weiter draußen liegen, werden von der Polizei akribisch durchsucht, obwohl es sehr unwahrscheinlich ist, dass Tyler bis dort hingekommen ist, weil diese Sumpfgebiete doch etwas weiter außerhalb sind. Trotzdem wird da nichts unversucht gelassen. Es wird aber nicht nur kein Zeuge gefunden, der irgendetwas zum Verbleib von Tyler Davis sagen kann, sondern es wird auch von ihm selbst nichts gefunden. Also keine Kleidungsstücke, kein Geldbeutel, den er bei sich hatte und auch sein Handy nicht. Aber apropos Handy. Die Polizei kann mithilfe der Mobilfunk-Datenauswertung und eben der Pings, die die Sendemasten in der Umgebung abgegeben haben, jetzt doch noch einiges herausfinden. Zunächst einmal können sie die Anrufe zwischen Brittany und Tyler bestätigen. Bisher gab es ja nur Brittneys Aussage, dass sie zweimal mit ihrem Mann um die und die Uhrzeit, bevor er verschwunden ist und sein Handy auch aus war, telefoniert hat. Und das kann die Polizei jetzt auch bestätigen, denn das zeigen auch Tylers Daten. Die Auswertung der Handydaten bringt aber weiteres Interessantes zu Tage. Man wusste ja bisher überhaupt nicht, in welche Richtung sich Tyler eigentlich aufgemacht hat, vor allen Dingen nachdem Sean ihn alleine gelassen hat, nachdem Sean wieder zurück zum Hotel gekommen ist, zu Brittany. Tyler war dann irgendwo, aber die Frage ist, wo ist er denn eigentlich dann hingegangen? Und dank der Pings, die eben von den Sendemasten aufgezeichnet worden sind, kann man jetzt genau das sehen. Tyler hat sich zunächst vom Hotel wegbewegt. Das wissen wir ja. Doch anschließend hat er sich dann aufgemacht in Richtung Stielzer Road. Die Stielzer Road ist eine Straße, die sich hinter dem Hotel befindet und die eben auch unmittelbar vor dem Waldgebiet liegt, von dem jetzt hier schon öfter die Rede war. Doch Tyler, und das ist eben sehr interessant, ist nicht, wie man jetzt vielleicht denken könnte, in dieses Waldgebiet hineingegangen. Die Datenauswertung zeigt, dass er sich tatsächlich auf einen längeren Fußmarsch begeben hat. Er ging wohl 1,5 Meilen weiter in Richtung Morse Crossing, also sehr weit weg von seinem und Britneys Hotel. Man hat ausgerechnet, dass er für diese 1,5 Meilen circa 30 bis 40 Minuten gebraucht haben muss. Darum sucht die Polizei jetzt natürlich auch mit gleicher Stärke, mit Hunden und Suchmannschaften, diese Gegend ab. Denn man ist davon ausgegangen, dass Tyler immer unmittelbar um das Hotel herum war. Doch dass er jetzt offensichtlich 30 Minuten weit weg war, das hatte man gar nicht auf dem Schirm. Und jetzt sucht man eben auch dort akribisch alles ab. Doch auch dort findet man überhaupt nichts von Tyler. Auch keinen Zeugen, der ihn jetzt vielleicht in dieser Gegend in den frühen Morgenstunden irgendwo hat herumirren sehen. Es wird einfach keine Spur gefunden. Und das trotz, wie gesagt, intensiver Suche auch dort von der Polizei. Nicht nur in dieser Zeit, sondern auch in den Wochen und vielen Monaten, die folgen werden. Es wird nie wieder irgendetwas von Tyler Davis gefunden. Und es wird auch niemand mehr ausfindig gemacht, der ihn irgendwo gesehen hat. Bis heute. Ja, meine Lieben, wie immer am Ende meiner Videos möchte ich euch natürlich auch meine persönliche Meinung zum Fall, zum Verschwinden von Tyler Davis nicht vorenthalten. Und die verschiedenen Theorien, die es um seinen Verbleib gibt, die geben natürlich keine Antworten auf die wichtigen Fragen, weil wir es einfach nicht wissen. Aber sie geben einem zumindest eine Vorstellung davon, was passiert sein könnte. Kommen wir also jetzt zur Theorie Nummer eins. Und das ist die, die für mich persönlich am wenigsten plausibel ist. Und die, so hatte ich den Eindruck, auch nur von den wenigsten Leuten geglaubt wird. Und das ist die Theorie, dass Tyler freiwillig verschwunden ist. Sein Handy wurde nie wieder eingeschalten, nie wieder benutzt, seine Kreditkarten auch nicht und es gab keinerlei Kontobewegungen mehr. Außerdem wurde Tyler auch nie wieder irgendwo gesehen. Es gab keinen Zeugen, der ihn später irgendwann nochmal irgendwo erkannt hat. Außerdem muss man sich fragen, warum ein glücklich verheirateter Vater eines zweijährigen Sohnes, den er vergöttert hat, mitten in der Nacht beschließen sollte, einfach mal sang- und klanglos sich in Luft aufzulösen, ohne die geringste Spur zu hinterlassen. Die ganzen Umstände, unter denen Tyler verschwunden ist, sprechen meiner persönlichen Meinung jetzt nicht dafür, dass er das freiwillig getan hat. Deswegen ist das für mich eher ausgeschlossen. Theorie Nummer zwei. Sean hatte irgendetwas mit Tylers Verschwinden zu tun. Zum einen war es so, dass Sean ja der Letzte war, der Tyler überhaupt gesehen hat. Nachdem er also wieder zum Hotel zurückgekommen ist und dort eben auf Britney getroffen hat, war er der Letzte, der mit Tyler eigentlich persönlich Kontakt hatte. Was ebenfalls vielen sauer aufgestoßen ist, war Seans Verhalten gegenüber Britney. Dass er sie quasi schon fast zwanghaft versucht hat, zu beruhigen. Das kann man jetzt auf der einen Seite natürlich positiv sehen. Ja, er wollte ihr eben einfach die Angst nehmen und deswegen hat er die ganze Zeit drauf gedrängt, dass sie jetzt ruhig bleiben soll, dass sie da bleiben soll, dass sie nicht nach ihm suchen soll. Er würde gleich kommen. Natürlich kann man das einfach so sehen, ja, er wollte ihr halt einfach nur ein gutes Gefühl geben. Aber es gibt eben auch noch die andere Seite und so kann man das eben auch auslegen, dass er einfach versucht hat, sie klein zu halten. Dass er verhindern wollte, dass sie jetzt irgendwie das Hotelpersonal aufscheucht oder vielleicht früher die Polizei ruft oder selbst jetzt direkt gleich anfängt, ihren Mann zu suchen. Auch so kann man das natürlich sehen. Was ebenfalls im Zusammenhang mit Sean kritisiert wird, ist die Tatsache, dass er überhaupt gefahren ist. Also, dass er dann hier um kurz nach 4 Uhr morgens, obwohl Tyler nach wie vor verschwunden war und Britney sehr viel Angst hatte, beschlossen hat, jetzt nach Hause zu gehen. Viele sagen, da hätte er einfach da bleiben sollen. Der gewichtigste Punkt für viele allerdings, die glauben, dass Sean da irgendetwas damit zu tun hat, ist die Tatsache, dass er der Einzige war, der am nächsten Tag, also als Tyler tatsächlich nicht mehr aufgetaucht ist, sich nicht an der Suche nach ihm beteiligt hat. Sean ist nicht aufgetaucht. Obwohl Familienmitglieder und Freunde von Cincinnati drei Stunden nach Columbus gefahren sind, um Britney zu unterstützen, ist der Mann, der ihn zuletzt gesehen hat, überhaupt nicht aufgetaucht. Und er hat sich wohl auch in den kommenden Tagen, so viel ich gelesen habe, an keiner Suchaktion nach Tyler beteiligt. Man kann sich natürlich durchaus fragen, warum? Warum kommt er nicht? Warum hilft er nicht? Warum unterstützt er nicht? Schließlich war er ja wirklich der Letzte, der ihn gesehen hat. Und wenn sie doch so gut miteinander befreundet sind, dann ist das schon seltsam, dass er da nicht aufgetaucht ist. Meine persönliche Meinung trotzdem zu dieser zweiten Theorie ist, dass ich sie nicht glaube. Ich glaube nicht, dass Sean irgendetwas direkt mit Tylers Verschwinden zu tun hat. Vor allen Dingen, weil es ja auch noch einen Anruf gegeben hat bei Britney, den zweiten Anruf von Tyler bei seiner Frau, den er zu einem Zeitpunkt getätigt hat, als er mit Sean schon gar nicht mehr zusammen war. Also kann ihm Sean nichts angetan haben oder ihn irgendwie schwer verletzt haben oder ähnliches bei einem eventuell vorhergegangenen Streit, weil sonst hätte Tyler ja Britney gar nicht mehr anrufen können das zweite Mal. Also es kann sein, dass es einen Streit zwischen den beiden Männern gab, infolgedessen dann Tyler nicht mit zurückkommen wollte. Also das kann ich mir vorstellen. Das könnte so gewesen sein, zumal ja die Stimmung auf Seiten von Tyler ohnehin sehr angespannt war. Und wenn man jetzt überlegt, Sean wollte ihn vielleicht zwanghaft jetzt mit zurücknehmen, dann kann das schon sein, dass da das eine Wort das andere gegeben hat und es vielleicht zu einer verbalen oder von mir aus auch körperlichen Auseinandersetzung kam. Aber mehr, glaube ich, steckt da nicht dahinter. Was es mit dem Verhalten von Sean auf sich hat, dass er sich nicht an der Suche beteiligt hat und dass er da irgendwie dann auch in der Nacht nach Hause gefahren ist, da möchte ich mir persönlich kein Urteil erlauben, weil ich das auch einfach nicht kann. Ich bin nicht in dieser Situation gewesen und ich glaube, man kann das immer nur sehr schwer beurteilen, wie es dann genau zu so einem Verhalten kommen konnte. Es gibt so viele Möglichkeiten, warum Sean sich nicht an dieser Suche beteiligen wollte. Vielleicht hat er mitbekommen, dass viele ihn bereits verdächtigen. Vielleicht musste er am nächsten Tag arbeiten und hat überhaupt nicht irgendwie davon erst später erfahren, dann, dass Tyler wirklich jetzt überhaupt nicht mehr aufgetaucht ist. Vielleicht hatte er aber auch einfach Angst, weil er vielleicht mit Tyler tatsächlich gestritten hat und jetzt Angst hatte, dass ihn viele hassen, weil Tyler jetzt weg ist. Da gibt es so viele Möglichkeiten, die das Verhalten erklären könnten. Dass er aber direkt beteiligt war, das glaube ich nicht. Theorie Nummer drei. Hat irgendjemand Britney etwas in ihren Cocktail gemischt, den am Ende Tyler leer getrunken hat. Als Britney und Tyler im Dollhouse hinaus zum Rauchen gegangen sind, durfte sie ihr volles Glas mit dem Cocktail nicht mitnehmen und hat es zurück an die Bar gestellt. Dort war es unbeaufsichtigt für mehrere Minuten. Es wäre also jederzeit möglich gewesen, dass jemand, der es vielleicht auf Britney abgesehen hat, ihr etwas in diesen Cocktail hineingemischt hat. Vielleicht hat dieser jemand sie schon einige Zeit ausgespäht, aber vielleicht nicht bemerkt, dass sie mit zwei Männern in diesem Club ist und hat es eben dann darauf abgesehen, sie zum Opfer zu machen. Ihr eben etwas in den Cocktail zu mischen. Das wäre ja beileibe nicht das erste Mal, dass so etwas passiert. Britney hat später ausgesagt, dass ihr nichts aufgefallen ist, nachdem sie von ihrem Cocktail genippt hat, als sie wieder hereingekommen sind vom Rauchen. Aber sie hat auch wirklich nur einen kleinen Schluck genommen und ist dann zur Toilette. Und als sie zurückkam, da war das ganze Glas leer und Tyler hat es schon komplett ausgetrunken. Deswegen kann es natürlich sein, dass da sie nur ein klein bisschen getrunken hat, es bei ihr überhaupt zu keiner Wirkung geführt hat. Bei Tyler aber dafür umso mehr, wenn man eben davon ausgeht, dass wirklich irgendwas beigemischt wurde. Vor allen Dingen würde das auch erklären, was im Anschluss passiert ist. Tyler ist ja sozusagen völlig in Tiefschlaf verfallen, als sie ins Taxi eingestiegen sind und er war kaum wieder wach zu bekommen. Und auch, dass er so orientierungslos und durcheinander war und Sätze von sich gegeben hat, wie, was machen wir hier? Wir sind hier nicht am richtigen Ort. Wir sind hier falsch. Mensch könnte, wenn man es weiter auslegen möchte, auch irgendwie dafür sprechen, dass er irgendeine Substanz drin hatte, die eben auch zu Paranoia oder Ähnlichem führen kann. Man weiß es nicht. Es ist eine Möglichkeit. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass an dieser Theorie etwas dran ist. Allerdings glaube ich sie trotzdem nicht so ganz. Denn was mich daran ein bisschen stört, ist, dass wenn es wirklich so war, dass Tyler diesen Cocktail getrunken hat und da war irgendetwas drin, dass es ihm ja dann eigentlich im weiteren Verlauf eher besser ging. Er ist im Taxi eingeschlafen und er ist nur schwer wach geworden und er war am Anfang, nachdem er wach wurde, kurz orientierungslos und ist dann davon gestürmt. Aber trotzdem wurde ja sein Zustand offensichtlich besser und nicht schlechter. Denn er war in der Lage, nachdem er aus dem Taxi raus noch gestützt werden musste, auf einmal wieder alleine zu gehen. Er konnte dann auch im Anschluss weggehen und offensichtlich auch spazieren gehen. Er konnte sein Handy benutzen, um Britney zweimal anzurufen und sich bei ihr auch noch zu entschuldigen für sein Verhalten. Und wenn er jetzt wirklich irgendwie da unter Drogen gesetzt worden ist, dann wäre es ja eher umgekehrt gewesen. Dann wäre es ja eher schlimmer gewesen. Dann wäre er wahrscheinlich zusammengebrochen, wäre gar nicht mehr aufgewacht oder ähnliches. Also das ist jetzt einfach nur meine Vermutung. Ich bin da kein Experte. Es kann natürlich trotzdem sein, dass er aufgrund dessen, dass er unter irgendwelchen Substanzen stand, überhaupt so gehandelt hat, wie er gehandelt hat. Aber es ist nicht meine bevorzugte Theorie, denn die kommt jetzt. Und das ist die Theorie, dass Tyler einen Unfall hatte. Tyler war verwirrt und desorientiert, als er im Taxi aus dem Schlaf gerissen worden ist. Und er hatte einfach in der Nacht und am Abend zuvor gemeinsam mit Sean und Britney über eine lange Zeit hinweg, über mehrere Stunden, viel an Alkohol getrunken. Und wenn man jetzt noch das Ganze kombiniert mit einer extrem stressigen Arbeitswoche und auch mit dem Freitag, also nur wenige Stunden zuvor, wo er noch einmal Überstunden gemacht hat und wo er wirklich auch in der Nacht von Freitag auf Samstag, als die beiden dann nach Columbus gefahren sind, nur wenig Schlaf hatte, dann ist das eine sehr ungünstige Kombination. Und diese Faktoren, die da ineinander greifen, sehr viel Stress, wenig Schlaf und viel Alkohol, dann kann es natürlich auch sein, dass das dazu geführt hat, dass Tyler so tief geschlafen hat, dass er völlig orientierungslos war und vielleicht auch eine gewisse Art von Angst und Panik hatte, als er dann rausgerissen wurde, dass er einfach nicht wusste, wo er ist und was das hier jetzt eigentlich alles soll und dass er vielleicht aus dieser Situation raus wollte und dass er deswegen so schnell wie möglich erst mal weg wollte, weg von Britney, weg von Sean, weg von diesem Hotel. Allerdings muss man dann eben jetzt trotzdem fragen, wenn das alles so war, wo ist Tyler dann abgeblieben? Es könnte gut sein, dass er einen Unfall hatte und dass man ihn einfach bis heute nicht gefunden hat. Tyler ist ja auch eine ganze Zeit lang zu Fuß unterwegs gewesen, 30 bis 40 Minuten und ja, man hat dieses Gebiet dann auch abgesucht, aber es ist trotzdem natürlich die Möglichkeit da, dass Tyler noch nicht gefunden wurde, dass er vielleicht doch irgendwo in diesem Waldgebiet an einer ganz anderen Stelle vielleicht ist, dass er vielleicht doch in einen Fluss gestürzt ist und dass er irgendwie wo hängen geblieben ist und sein Körper nicht wieder an die Oberfläche zurückkam. Es kann genauso gut sein, dass er danach irgendwo in einem Sumpfgebiet vielleicht stecken geblieben ist, dass er da durchlaufen wollte und nicht mehr rauskam. Sein Handy war nicht mehr funktionsfähig, er hatte nicht die Möglichkeit, jemand anzurufen. In der Nacht um diese Zeit ist da kein Mensch, niemand konnte ihm helfen und es kann genauso gut sein, dass er dort noch irgendwo ist und man ihn eben nicht gefunden hat. Es gibt noch eine weitere Theorie, die ich auch sehr interessant finde, im Zusammenhang mit einem Unfall, den Tyler gehabt haben könnte und das betrifft jetzt diesen Highway 270, der sich also praktisch über die ganze Strecke hinweg, wo man Tyler dann auch verfolgen konnte, durch die Pings seines Handys erstreckt hat und es gibt eben an diesem Highway immer wieder Waldgebiete, die dann eben auch durchsucht worden sind von der Polizei und es gibt eben auch noch die Annahme, Tyler hätte an diesem Waldgebiet vorbei, Richtung hinauf, auf diesen Highway 270 gehen können, weil er sich nicht mehr auskannte, weil er nicht mehr wusste, wo er war, weil er sich verlaufen hat und dann eben auf diesen Highway hinauf hätte gehen können und dort hätte ihn dann ein Auto anfahren können. Also, dass Tyler vielleicht in einen Autounfall verwickelt worden ist, weil er sich eben verlaufen hat. Die Theorie geht dann so weiter, dass der oder die Autofahrer es war an einem Wochenende, es war früh am Morgen, selbst Alkohol getrunken haben könnten und darum jetzt nicht die Polizei angerufen haben, sondern anstattdessen Tyler ins Auto gepackt haben. Und jetzt gibt es natürlich reine Spekulationen, mehrere Möglichkeiten, was dann hätte passiert sein können. So zum Beispiel, dass Tyler schon tot war bei diesem Autounfall, dass er da schon gestorben ist und dann eben diejenigen, die ihn überfahren, angefahren haben, die Leiche haben, verschwinden lassen oder eben, dass Tyler noch gelebt hat, aber dass eben so viel Panik entstanden ist, dass diejenigen, die ihn angefahren haben, dann ihn umgebracht haben. Ich weiß, das hört sich alles sehr fantastisch an und vielleicht für viele sehr weit hergeholt, aber ich wollte es auf jeden Fall noch dazu sagen, weil es eben eine der Theorien ist, die jetzt im Zusammenhang mit einem möglichen Unfall von Tyler gesehen werden. Ich persönlich kann mir Tylers spurloses Verschwinden am ehesten mit einem Unfall erklären, den er gehabt hat und wo man seinen Körper einfach noch nicht gefunden hat, weil es für mich sehr abstrakt ist, mir vorzustellen, dass er freiwillig verschwunden ist, genauso aber auch, dass Sean jetzt direkt irgendwie etwas damit zu tun haben soll, genauso aber kann ich mir zwar vorstellen, dass ihm jemand was ins Glas gemischt hat, trotzdem hat das ja im Prinzip noch nichts damit zu tun, was danach folgte. Deswegen glaube ich persönlich an einen Unfall und ich hoffe, dass man Tyler doch noch findet. tragisch bleibt der Verlust von Tyler Davis für seine Familie, vor allem für Britney und den kleinen Aaron aber sowieso. Denn Tyler war erst 29 Jahre alt und solange man eben nicht weiß, was passiert ist, wird sein Verschwinden für immer eine klaffende Wunde für seine Familie bleiben, die sich weiter Tag für Tag Fragen stellt und einfach nicht abschließen kann. Ja, meine Lieben, damit sind wir am Ende dieses Videos angekommen. Ich bin sehr gespannt auf eure Meinung und Einschätzung zu diesem Fall. Schreibt mir gerne mal unten in die Kommentare, was ihr glaubt, was mit Tyler Davis passiert sein könnte. Habt ihr vielleicht eine komplett andere Theorie als die, die ich jetzt hier aufgezählt habe? Vielleicht, ja, denkt ihr auch etwas komplett anderes oder habt eine Kombination aus mehreren Dingen im Kopf, die da vielleicht passiert sein könnten? Ich bin sehr gespannt auf eure Meinung zu diesem sehr mysteriösen Fall und freue mich auf jeden Fall, was in den Kommentaren von euch zu lesen. Ja, ihr Lieben, damit verabschiede ich mich jetzt von euch. Ich wünsche euch noch einen schönen restlichen Tag und ich hoffe, dass wir uns dann ganz bald im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin, macht's gut.